Wichtig ist uns, dass die jungen Menschen erkennen, dass auch andere Gleichgesinnte gibt, die ihren Beruf lieben und die das gerne machen, die brennen für etwas. Und das aufzubauen und weiterzuentwickeln ist die Aufgabe dieser Begabtenförderung. Also es war eigentlich eine Top-Veranstaltung. Ich habe gute neue Kollegen kennengelernt und ich würde es wieder machen. Es war sehr interessant. Wir haben viel gelernt bis jetzt. Und die Leute da sind auch ganz nett und sehr lustig drauf teilweise. Das ist super. Ich glaube, dass die durch die Begabtenförderung hier schon einen großen Teil mitnehmen. Man sieht jetzt am dritten Tag schon große Veränderungen, was die Umsetzung von der Arbeitstechnik angeht. Zum Beispiel die Handwerkskunst, also wirklich wie sie ausgeübt wird. Ja, also ich könnte mir schon nochmal vorstellen, bei weiteren Wettkämpfen mitzumachen, Leistungswettbewerben. Weil das ist einfach, man hat gesehen, dass man zusammen etwas erreichen kann und ich könnte mir auch vorstellen, dass man nochmal viel mehr erreichen könnte. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020